Hallo meine Lieben, heute zum 3000 Abo Gewinnspiel. Ich habe das, das ging auf einmal so schnell, es waren glaube ich 2900 und ein bisschen und habe ich auch gar nicht mehr so geguckt und dann waren es auf einmal 3000. Super, ich freue mich natürlich, dass es jetzt 3000 sind und diesmal möchte ich was ganz spontan verlosen und zwar habe ich für eine Freundin ein Geburtstagsgeschenk gekauft, was ich auch bekommen habe. Also ganz neu, aber leider ist es zu klein. Ich zeige euch mal um was es geht, das ist dieses coole Oberteil mit Makarons drauf. Also mir ist es an den Armen auch zu cool, sonst hätte ich es behalten und das ist einfach zu schade. Ich finde es so cool, es ist neu ungetragen, guckt euch mal an, ich finde es so cool. Ich denke, dass es Leuten passen würde, die eine M haben. Es muss auch ein bisschen, ich finde wenn es zu eng sitzt, sieht es auch nicht gut aus, sonst hätte ich es ja behalten. Aber vielleicht eine M oder vielleicht eine schlanke L würde es auch passen. Also ich finde es so cool und das möchte ich jetzt verlosen. Meldet euch nur, wenn ihr diese Größe habt, sonst ist es ja unsinnig. Und für die, die die Größe nicht haben, ihr könnt ein 10 Euro Gutschein gewinnen im Thali Shop, wenn ihr was basteln wollt oder so. Und von daher habe ich jetzt für die schmaleren und für die nicht so schmalen, habe ich dann zwei Varianten, was ihr dann euch natürlich gucken könnt. Und ich muss natürlich gucken, wie das dann ist, wer dann gewinnt. Ja, also ich finde es cool. Ich hätte es gerne selber behalten, wenn es mir gepasst, wenn es mir passen würde. Aber gut, so ist es. So kann sich einer über das coole Sweatshirt freuen. Okay, da könnt ihr auch mal, wer das jetzt bestellen möchte, da ist gar kein Zettel drin, oder? Ich glaube, Amazon gibt es die auch. Zwischen 15 und 20 Euro kosten die Teile hier. Das ist so ganz, ganz weich. Ja, das will ich jedenfalls versteigern, äh, verlosen. Und ich freue mich total für den, der es bekommt. Und möchte euch nochmal hiermit ganz, ganz doll danken, dass ihr, ja, viele sind ja ganz treue Zuschauer. Und einige kommentieren ja auch. Und es ist immer schön zu sehen, wer hinter den Abonnenten steckt. So hat man so einen kleinen Eindruck, ähm, was so gesehen, oder was ihr gerne sehen wollt. Oder, ja, wie alt ihr seid, zum Beispiel. Ja, das war's. Ihr braucht nur kommentieren, vielleicht höchstens, ähm, was könnt ihr kommentieren, vielleicht die, die, was ihr vielleicht haben möchtet, ob ihr den Gutschein haben wollt, oder das T-Shirt, wie gesagt, eine, bis eine M, vielleicht eine schmale L, würde ich jetzt sagen. Dann habt das schön locker. Und wenn ihr es natürlich eng haben wollt, dann würde es auch vielleicht für eine gute L passen. Ansonsten kommentiert einfach irgendwas, oder was ihr haben wollt. Und dann werde ich spontan auslosen. Viel Spaß! Tschüss!